Die Frage von Kollege Leiter Reber, was ist, wenn jetzt auf Staatsebene man möglicherweise die Restaurants dann ohne Nachweis betreten kann, ob das Land Südtirol sofort von der eigenen Strategie abweicht? Nein, ich gehe nicht davon aus, wir werden jetzt auch nicht unmittelbar von diesem erfolgreichen System abweichen. Wir werden ab 1. Juni dann auch dieselbe Regelung haben wie im Staatsgebiet, das heißt, da wird es im Innenraum auch ohne Corona-Pasta möglich sein, um hier auch eine gleichlautende Regelung zu haben.